Was ist Frieden für dich? Es ist, wenn die Kinder nicht mehr von Polizisten erschrocken sind, weil sie oft mit Verletzungen mit Verletzungen mit Verletzungen identifizieren. Und so, für die meisten Teilen, würden sie nicht vertrauen, dass sie da sind, um sie zu schützen. Sie sehen sie mehr als Menschen, die sie zu torturen oder zu verletzten, die sie zu schützen. Vielen Dank.